Hallo und herzlich willkommen mit der Weiß.de Command-Warn-Jub, Mehrspieler gegen Judeman. Ach, schade um den Falli. Man nimmt doch wenigstens ein Schaden, irgendwer. Wir strotzen weiterhin, ein riesiger Spaß. Und dann gehen wir mal so an der Ecke. Ja, der erwischt sich den kanadischen Panzer. Der braucht natürlich Zeit, bis er wieder da wäre. Hier ist der eine deutsche Panzer, der da unten quasi gefehlt hat. Gut, ich denke, wenn das Wetter mitmacht, können wir jetzt mal zurückschlagen mit den ganzen US-Panzern. Ich hoffe es zumindest. Und ein bisschen Zeug hier und da. Schlammiges, ja, aber wir haben da eine Straße. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Da geht es, ach ja, und da. Wir können ja gerade gar nichts, ach ja, wir können da nichts einsetzen. Da war was, weil der da noch Stress macht. Vielleicht kannst du ja doch mal... Ihr macht da ja eine Kontrollzone. Hol mal irgendwann das da auf... Dauert zurück. So, die ziehen sie hier auch überall zurück. Das ist ganz nett. Du könntest das hier erst mal anmalen. Wann habt ihr die Mobilität? Das dauert... Also, wahrscheinlich lohnt es sich doch noch, wenn du die Ausrüstung so bekommst. Der Panzer ist ja auch im Moment noch da. Also, noch im Moment weg eher gesagt. Ich freue mich schon auf den Moment, sobald hier kein groß angelegter Schlamm mehr ist. Hier wäre offenes Territorium. Das wäre nicht so gesund. Zugetreten. Gut, die Frage, also... Wer von euch geht denn... Also, Panzer noch nicht unbedingt in die allererste Reihe, wenn hier so eine Drei Sterne haben hier im Gegenüber steht. Kommt aber exakt nicht da an, wo ich ihn jetzt eigentlich gerne hätte. Sonst stellen wir dich in den Wald. Dann können die Armee nachrücken. Die Arti kommt vor. Zwar wieder im Gewaltmarsch, aber... Dann wird das schon... Ja, okay. Für die Pakt wird das irgendwann auch unschön enden. Mal ein bisschen lang und sehe, dass... Da auch Zeug rumsteht. Du könntest da schon ganz hin. Aber es ist ja vielleicht was für demnächst. Oder da und deren Bahn hier auf Spaß einmal... Das wird auch nicht den großen Unterschied machen. Wo gehen eigentlich die HQs hin? 10, 9, 8... Also hier. Muss da nicht dastehen, damit hier runter die Versorgung auch weiter geht. Könnte es da eigentlich sogar noch weiter in die Ecke gehen. Okay, warte. Wenn ich einen Doppel-HQ mache, dann... Hm. Wenn man drei hat, muss man natürlich aufpassen. Da würde ich sagen, fährt sonst einfach noch ein Panzer mit rein. Und dann... Machen wir da demnächst durch. Ich meine, irgendwann muss ja auch mal diese Schlammphase hier vorbei sein. Das, denke ich, definitiv hier drüben weiter vorrücken. Den können wir dann auch hier rausschicken. So, wir müssen zusehen, dass der noch eine 8 bekommt. Jetzt ist gerade der andere noch mit Doppel-HQ versorgt. Warte, du rennst mal wenigstens dann bis dahin. Jetzt hätte er die 8. Das ist vielleicht da noch hin im Zweifel. Hier irgendwo... Jetzt ist das feilig alles ein bisschen. Gut, du drückst dein Zeug. Ist hier. Und also, ich meine, sobald es mal nicht schlammig ist, dann man hier zuschlagen kann. Sollten wir das, denke ich, dann auch bald mal nutzen. Er könnte hypothetisch immer noch da hin. Hat dann aber wahrscheinlich hier einiges abbekommen von der Armee. Ne, oder du fährst doch schon da hin, wenn wir da einen HQ haben. Und der andere kommt hinterher. Ja, natürlich unterversorgt hier vorne. Aber er kommt ja auch nicht perfekt ran, weil das hier alles so eine riesige Waldgegend ist. So, dass ihr die Frage aufwirft, was sie mit euch machen. Ach, da wurde die... Ja, die sind so gegebenermaßen dann etwas schwach versorgt. Was ist da ein Rüber? Ne, 9, 8, 7, 6, 4. Ist es vielleicht hier eine 8, dann würde das wieder passen. Hm, kommt aber aufgrund des Schlamms keiner perfekt. Also nicht perfekt, also nicht mal perfekt. Wäre das dann doch etwas gefährlich, wenn der hier nur auf einer 4er Versorgung steht. Ja, da nervt der Schlamm jetzt schon ein wenig. Wenn man den ja da irgendwie durchtauschen können. Ne gut, ist dann halt so. Dass der Schlamm lästig ist, aber dann macht hier weiter. Ihr seid ja ganz gut dabei. Flak könnten natürlich eigentlich auch noch woanders hin, weil die Strat ja nun länger... ...längere Zeit eigentlich woanders waren. Ihr könnt hier noch ein bisschen... Okay, irgendwann erwischt man hier ein Feld mit null Versorgung, aber hier haben sie noch was. Denkt die Italiener da zurück. Ah, und ihr. Pius nebenbei fertig. Du kannst da theoretisch noch weiter schaufeln, falls doch nochmal hier unschöne Sachen passieren. Aber ich glaube, die Garnisonen können teilweise nach vorne. Zumindest da auf den Wald, aber den Panzer angreifen, ist nicht so das wahre. Jetzt ist offener Gelände, da ist ein bisschen problematisch. Ist du da erstmal hin und wir tauschen dich vielleicht aber doch nochmal durch. Ja, stimmt, der kann... Ich kann da ja gar nicht mehr angreifen, deswegen kann man ihn auch nicht durchtauschen. Äh, sonst geht die Stoßarmee zumindest hin, weil das Akku kann eigentlich weiter vorrücken. Dann gehst du mal in den Ort rein. Und ihr kommt jetzt auch langsam alle mit. Natürlich hypothetisch ein, dass da irgendwo nochmal ein deutscher Fadi auftaucht, aber für den Moment... Oh. Der hat jetzt ein spannendes Timing. Das muss man wohl ganz offen sagen. Aber wir haben hier eine durchgehende Kette über die Straße und die Bahn bis in den Ort. Natürlich sein, dass er hier hinten da einspringen will, aber... Ja, dann halt so... Ist man so irgendwie frei und da hinten hin kommt er nicht. So, ist da einer? Oh, da ist immer noch einer. Wir gucken jetzt mal ständig jeder gegenseitig seit Runden nach. Und die Strats sind hier unten und machen Stress. Jetzt hat er eine sowjetische Panzer, den gehen wir schon mal zurück. Jetzt auch im Juli, dann könnt ihr irgendwas machen. Wow. Also gegen den können wir nichts ausrichten und gegen die anderen Panzer wahrscheinlich auch nicht. Hier habt ihr auch akute Versorgungsprobleme. Das ist da auch noch... Jetzt dieser blöde Italiener. Ich spreche hier vielleicht dafür, hier lieber ein paar Schritte wegzugehen. Jetzt wird den Panzer da auf irgendwas austeilen. Da müsste man eigentlich warten, bis man... Upgrade hat. Irgendwie Versorgung noch einzudehnen. Ja, wenn man von der anderen Ecke zählt. Aber ne, der hier vorne wird da nichts kriegen. Aber ihr seid hier zumindest voll sonst gut dahin. Oder geh halt da vorne drauf, du bist zumindest verschanzt. Ja, das mit der sowjetischen Logistik 2. Das ist auch nicht gerade viel. Okay, das ist ja gut. Du bist aber wenigstens da ankommen, wo der Panzerzug steht. Ja, aber den will ich hier gerne in seiner Befestigung lassen. Einfach nur, damit er den Gegner aufhält. Und mal wieder für den Zug nicht viel zu tun. Du haust... Außer du kannst das... Das Akku schon da reintauschen. Und eine neue Armee. Ihr könnt natürlich den Ort nehmen. Könnt natürlich auch da hin und die Artie da rein. Aber das wäre mir doch etwas heikel, wenn er dann hier durchbricht. Ach, hier ist ja, ist vielleicht versorgungstechnisch gar nichts. Der Park steht auch ein bisschen im Nirgendwo. Weil die Flak brauchen wir, um das Ganze irgendwie zu schützen. Natürlich den schweren Panzer da einwechseln, der dann aber ordentlich was abbekommen wird. Oder wir ziehen den nach hinten, weil es eh ein Sumpffeld ist, von wo aus er ja nicht viel angreifen kann. Könntest du vielleicht erstmal in die Stadt und... Da bist du auf deinem Hügel. Da kommt das Kuh rein und da die neue Armee. Der Zug 5. Ja, da müsste das Akku noch ein nach hinten haben, aber dann könnte der Zug hier vielleicht doch noch schießen. Hat aber natürlich auch das Problem, dass es ein Sumpffeld ist und nichts erreichen kann. Dann muss er natürlich nicht schießen. Hat einer halbwegs versorgt, halte das irgendwie. Könntest du hier noch ran und du dich hier auch mal irgendwie nach vorne quälen. Und du hältst den da so noch ein bisschen Versorgung hin. Das sieht hier unten irgendwie unschön aus in Teilen. Ja, braucht hier noch eine Kanone. Ihr dann hier mal irgendwie durchbrecht. Ja, das ist nett und ihr müsst das irgendwie halten. Gut. Wie sieht's hier aus? Hier, der gerne auf den Schlamm verzichtet, den kanadischen Panzer besiegt. Der wieder ein klein wenig was kostet und jetzt müssen wir erstmal wieder rüberfliegen, uns die Lage ansehen und gucken, was wir mit den Panzern, die wir jetzt noch da haben, so machen können. Ah ja, der hat jetzt auch bei den Niederlanden. Ne, doch, jetzt ist Antwerpen. Jetzt hat er auch Antwerpen hier als Eisenbahn. Können wir natürlich nicht zulassen. Das ist auch unten. Das sollte dann aber alles sein. Und das andere läuft hier über... ...dürtig, der schon häufiger zerschossen wurde und das geht da oben lang. Ne, dann brauchen wir hier auch nochmal einen netten kleinen Blick über die Stellung. Na, jetzt ist die Armee dann leider nicht mehr der Panzerzug. Aber wir wissen, dass diese Einheiten hier geschwächt sind. Und jetzt hier nochmal umgucken. Auch eigentlich diese Linie hier. Das ist tatsächlich noch ein deutscher Panzer. Und hier unten. Oh, da kann Jäger mehr da. Das wird jetzt nicht gut. Da ist herzlich wenig los. Okay, du könntest hier auch ein bisschen hinterspringen. Ach nee, der Panzer hatte eine, das ist in Den Haag. Da ist gar kein Jäger mehr bei. So, weil die hier oben... Oh. Ja, wohl einfach zu weit weg. Und wir wissen, dass die hier leicht angeschlagen sind. Wir sehen allerdings auch, dass der Schlamm im Weg ist. Auch wie ärgerlich. So. Weil wir da eine Straße haben, kommen wir da halt noch ein bisschen an die Ecke ran. Wer da reingeht, lohnt sich es halt nur, wenn man möglichst viele Panzer abschießt. Das wird hier natürlich schon schwer genug, wenn der dann auch noch in Artillerie-Deckung liegt. War diese Panzer zu erwischen. Natürlich schwer genug, da irgendwie schon ein Ergebnis zu erzielen, das man als gebrauchbar bezeichnen könnte. Die alle von ihrer Flak schützen lassen. Lass mit dem Falli da jetzt hinterspringen. Äh... Er springt dahin um. Kuh. Den Briten. Nee, noch keiner Panzer wieder auf der Liste. Eigentlich sind die halt geschwächt und man müsste sie angehen, finde ich. Aber du kommst... Mann, die kommen da alle nicht ran. Oder wir gehen den Starken an, in dem Business, dass die da mal irgendwann mal eine Pause brauchen. Na, die Frage ist, wie stark ist der Starke? Ja, da könnte man noch das Akuttreffen. Man könnte notfalls einmal ranfahren und halt sonst zur Not wieder weg. Und den, ja, da kommt der noch ran, aber nicht mehr weg. Okay, der war auch nicht ganz fit, aber... In dieser... Autsch, was ist denn mit diesem Flak da los? Ja, da war auch nicht ganz fit. 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 Ja, da war 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 nicht ganz fit. Na gut, er hat natürlich eine Flak und eine 3er Luftabwehr. Könnte versuchen, die Flak mit irgendwas Billigem zu triggern. Dann mit den Bombern da ranzugehen, um hier endlich mal einen Panzer abzuschießen. Ein so Träger-Restflieger, den man gerade nicht braucht. Ich meine, klar, wenn die Upgrades hätten, wird es für die besser aussehen. Unser Briten, auch so, die ist das. Das ist natürlich auch noch ein 3-0 gegen dich, aber ich denke, auch wenn es ein bisschen was kostet, wir müssen die Dinger ja irgendwann mal loswerden. Satz 3-0 wird es wahrscheinlich nicht. Oder ist da noch ein Jäger zwischen? Unter wen? Die müssen wir natürlich nebenbei hier alle wieder heilen. Ich könnte noch hier fliegen. Nee, da fliegst du nur hier irgendwo, wo du keine Flak triffst. Und ständig explodieren tut es auch nur auf der falschen Seite. Okay, das dürfte es jetzt gewesen sein, wenn ihr auch auf 2-0 seid. Sonst dann, eigentlich nimmt man den mittleren natürlich zuerst, aber ihr könnt auch schon entschanzen. Das ist da oben ein Weg, äh, wird für dich aber leider auch etwas teurer. Du bist immerhin schon auf 3-1. Wie schön. Da ist immer noch 3-0, 2-0. Auf ein 3-0 reinzuschicken, ist natürlich nicht schön. 2-2-2, die Ergebnisse werden langsam humaner. Der weiterer Einsatz von Bombern auf die Stellung ist fraglich. Dann muss wohl jetzt der Panzer ran. War ja klar. Noch einen unterdurchschnittlich erwischen und ihr habt weiterhin nicht den Hauch einer Chance. noch einen nach hinten, ja. Okay, der kämen wir noch rein. Wo sind Sachen, deutsches HQ-Treffen. Was die Frage ist, ob man das jetzt eigentlich wirklich will. Da oben. Na gut, du könntest da hin. Ich könnte noch von 2 dich angreifen. Aber wer weiß, wie viele Panzer dabei verlieren. Aber die dürfen nach Möglichkeit jetzt auch nicht zu sehr Gegenschlag machen. Tja, der könnte am Ende einfach auch ganz schön stark sein. Also man könnte natürlich mit dem Fall hier reinspringen, aber der hätte hier hinten im Zweifel keinen Ort. Und das ist immer eine tolle Grundvoraussetzung, um irgendwo reinzuspringen. Und wenn wir da die Befestigung rausnehmen, dann ist da halt nichts weiter. Und wenn wir da hinten ver Xin overlapieren, dann ist das hier drin إ citoyen. Und dann ist das hier drin. Und dann wiht winter. Und dann ist der grundschnittlich im Zweifel runteround. Und dann muss ich da drin naATORYn. Dann kommen wir weiter. Und dann kommen wir weiter. Und dann würde ich das drücken, denn da finde ich da drin gut. Aber du sprimst da rein und was ich schaust dir das akku an und läufst noch einen schritt wieder nach hinten das ist auch nicht gerade spannend aber dann wäre im zweifel die befestigung sicher weg und wir hätten jetzt zahlen und man kann gucken mit dem panzer ob sich das wirklich lohnt und dann stehst du da und schwimmst den auch so ein bisschen ab ich hoffe der rennt im zweifel vor der packt gut davon 1 0 gegen sich ja also das hätte sich jetzt auch überhaupt nicht gelohnt sagen wir einfach mal wir haben den einen panzer da an der stelle jetzt ist halt noch die frage reingehen und sich den hunde aber das wird ähnlich miserable werte haben wie hier unten ja und deshalb bin ich gerade also einfach nicht so angetan davon da jetzt auch noch einzulaufen hat ja auch noch eine flag die ihn schützt erst mal müsste am anfang ich meine wenn der schlamm nicht wäre dann könnte man mehr mit der masse arbeiten aber so lohnt sich das einfach nicht ach ja und der ist auch gar nicht unter dem guten haku weil der die strotz die anderen panzer drin hat wenn wir erstmal umtauschen würden naja 1 1 ist jetzt nicht so großartig nur die armee die könnte hierhin rennen dann hättest du jetzt zumindest ein paar kontrollzonen und würdest hier panzer und sowas aufhalten die darum wollen und dich heilen wir und hoffen das beste tja jetzt die frage halt wie sehr man noch weitermacht wir kriegen noch einen neuen panzer aber wir brauchen noch viel mehr von allem kriegen das aber nicht äh und können eigentlich nur hoffen so wird es geraten da unten auch immer mehr in die defensive irgendwie hoffen dass das hier also dass ihr hier offensiv erfolgreich werdet tja du würdest ansonsten recht klar deine heilung und daher brauche ich jetzt noch seine upgrades die sonst auch gerne vielleicht da hinschieben zumindest so ganz leicht zurück ok und du hast da noch eine fünfer versorgung immerhin und ihr könntet vielleicht leicht also du könntest wenigstens hierhin fahren die art könnte hierhin dann kannst du da ein bisschen mitschießen und du bleibst wahrscheinlich schön in deiner verschanzung und du kommst jetzt auch noch ein stück hier nach vorne also du kommst hier rüber den müssen wir jetzt auch mal endlich wieder fit machen ja das bringt noch die jagdflugzeuge auch ein unschönes thema es wird teilweise eng ja gut ich meine wir haben einen panzer weg ein anderer ist gerade nicht da und die hatten zumindest einen leichten schaden schon und so muss das irgendwie klappen wir haben ja noch eine pack noch eine arti sehr schön dann geht der wahrscheinlich drauf und so verliert man die teile andauernd wieder die anderen forschen das einfach nicht schnell genug und was haben wir hier nachher immer mehr us luftwaffe natürlich nach möglichkeit erst mit upgrades agieren sollen da war das hier und ich war halt eine möglichkeit wo man noch ein bisschen luftunterstützung brauchte zum zuschlagen dann habt ihr ok sie haben nächstes mal die erdkampfwaffe dann können wir da direkt auf stufe 2 gehen immerhin und ansonsten ihr solltet lose mal zurück hier macht ihr hübsch weiter vielleicht kannst du wieder von der linie runter weil du so kaputt bist so und ihr müsst hier ein bisschen gucken ob ihr nicht doch nochmal irgendwie ein U-Boot trifft das ist ein Truppentransporter der muss jetzt nicht direkt mit gucken ob er noch ein U-Boot trifft heißt der Stratt war noch nicht dran aber der steht halt auch gerade noch ein bisschen frontnah kannst du mal da hinten aussteigen du brauchst erst noch upgrades und du es ist halt ein bisschen riskant hier auf irgendwas zu gehen aber du könntest noch Erfahrungen für deinen HQ verteilen und die gegnerische wirtschaft ein bisschen grüßen so da ist noch ein Truppentransporter kannst du mal sonst hier ein wenig den weg für den aufklären danke das sieht doch relativ sicher aus Passage dieses U-Boot nochmal aber es ist wahrscheinlich inzwischen eh weg ach da oben aus weise den wegzudrücken ich meine für Schlachtschiff ja vielleicht irgendwie schon aber insgesamt aber es müsste ja immer noch da irgendwo sein hier kommt dann auch alle schon mal auf Transportschiffe das weise die Dinger da hinzustellen das U-Boot jetzt da irgendwo rum fährt naja gut also ihr hättet euch bereit ich meine selbst wenn der fällt haben wir immer noch einen gewissen Kernsatz an Panzern und wenn man die dann hier alle demnächst noch upgradet dann werden die noch deutlich gefährlicher dann könnt ihr dann auch mal gegen die Flagge ein bisschen besser wieder aufstehen und diese ganzen Befestigungen wir haben immerhin eine kleine Lücke schon drin wer ist noch auf der Liste ist Artie ja gut besser als nix so in der Diplomatie brauchen wir die Saudis das muss eigentlich reichen weil wir endlos viel mehr Zeug von allem brauchen ich würde ja gerne noch in der Industrie aber die muss vielleicht von selber dann durchwachsen mein Co das wäre halbwegs bald da ob wir eine Luftabwehr braucht ich weiß nicht aber Artie unten den Fadi ach meinetwegen die Luftabwehr die kann sich auch noch irgendwo da hinstellen einfach mehr Zeug an allem ich meine die britische Artie ist dann ja demnächst bin ich hier noch mit 3 Schuss angezeigt oder war jetzt zwar nach Verlegung auf 0 na gut ich hoffe du kannst hier irgendwie demnächst mitschießen selbst wenn ihr hier ein 2 Panzer vielleicht erwischt wir haben noch welche übrig und wie gesagt ansteigenden Luftunterstützung gute Parks erstmal da drüben ok ihr könnt euren Stratt natürlich noch ein bisschen wieder hochziehen was das Ding soll ist auch eine gute Frage und du kannst nebenbei hier mal auf Jagd gehen wieder ja so ein Panzer weniger ist jetzt nichts übermäßig Spannendes aber sagen wir mal immerhin wir müssen in nächster Zeit einfach weiter auf fortlaufende Unterstützung hoffen und dass hier die Panzer möglichst schnell wieder kommen und sonst wie irgendwie Hilfe und die soll jetzt stimmt die haben Logistik fertig geforscht deswegen können wir noch eine Kuh aber ihr seid ja bald eh sobald zusammen gedrängt das glaube ich da schon passt das bräuchtet eher Zeug das man da unten jetzt einsetzen kann gerne auch möglichst schnell meinetwegen dann auch eine Garnison noch also da kommen noch die Mechanisierten und ein Panzer da kommt noch viel Angriffszeug die Spezieleinheiten falls man eine Ecke für die findet mal dass das hier jetzt noch halbwegs so funktioniert oder so ein Gewaltmarsch ist da schon noch trotzdem man technisch betrachtet sollte es über Dank Barco gehen aber geht trotzdem noch mal einen Schritt dahin und macht dann demnächst bald Panzerabwehr 3 das ist schön und irgendwann auch den Panzer ihr seid auch dabei es muss alles schneller gehen ja hoffentlich haltet ihr das und hoffentlich hauen die hier nicht zu hart zurück es war echt mühsam allein einen Panzer hier zu vernichten naja ich denke wir können den Zug beenden auch hätte der noch einen Schritt gehen können war nicht ganz sicher die Sahn ja Malta sehr schön Produktion 4 immerhin ah sehr schön die Amerikaner und der weiterentwickelte Panzer die können noch ein bisschen mit den Deutschen mithalten schwerer Bomber sehr gut dann könnt ihr mit der Flak besser mithalten wenn das irgendwann fertig ist Erdkampf 2 also die Amerikaner die zeigen mal wie Forschung funktioniert Spionage und Aufklärung dann nächstes Mal fertig sonst leider nix und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen schaut auch bei Tuteman mit rein und dann bis zur nächsten Folge bis denn bis denn bis denn bis denn bis denn